Hi, ich bin Ha-Jun-Jong. Ich komme aus Seoul, studiere Malerei und arbeite in Dresden und Berlin. Während meines Studiums der bildenden Künste male und zeichne ich natürlich recht viel, aber parallel dazu habe ich auch sehr viel Spaß daran, Comics und Grafikarbeiten zu schaffen. Zurzeit interessiere ich mich vor allem für die Buchherstellung bzw. mit verschiedenen Drucktechniken, Bindungen und Bookdesigns zu experimentieren und immer mehr dazu erfahren. Allgemein finde ich es bei der Malerei immer schade, dass es meistens relativ wenige Möglichkeiten gibt, meine originalen Bilder auf Leinwand dem Publikum zu zeigen, außer bei einer Ausstellung. Aus diesem Grund finde ich Grafiken und Drucken sehr ansprechend. Es ist nicht nur von der Technik her, sondern auch beim Inhalt der Arbeit fühle ich den Unterschied der zwei Medien. Malen ist für mich eine instinktive und visuelle Expression. Der Druck und das Buch sind aber erzählend, kommunikativ und für andere auch händisch besser erreichbar. Natürlich ist es mir auch eine große Freude, andere Comic-Enthusiasten mit gemeinsamen Interesse zu treffen und wunderbare Arbeiten von verschiedenen Künstlern zu sehen. Ihr könnt meine Arbeiten und Merch auf meinem virtuellen Tisch auschecken. Auf meiner Webseite und Instagram gibt auf jeden Fall noch mehr zu sehen. Dann viel Spaß! j ordentlich j go